Nach vier langen Jahren Arbeit für die Entwickler und vier langen Jahren des Wartens für die Fans und Investoren wird jetzt aus dem Projekt Polkadot ein richtiges Produkt und mehr noch ein ganz neues Ökosystem wird jetzt vor unseren eigenen Augen entstehen. Leute es ist an der Zeit die über die Jahre angesammelten Dot Tokens klar zu machen und zu investieren und keine Sorge wenn man noch keine Dot Tokens hat es ist noch genug Zeit welche zu kaufen und mitzumachen. Ab 11.11. gehen die Polkadot Parachain Auctions los und das bedeutet wir haben eine Deadline. Wer bei Polkadot noch früh einsteigen will muss jetzt bei den Crowdloan Kampagnen mitmachen. Die gehen ab 11.11. los und dauern bis Anfang 2022. Hier kann man in Polkadot Projekte einsteigen noch bevor diese an den Start gehen und es besteht die Chance darauf vor allen anderen einzusteigen und vom Wachstum des ganzen Ökosystems zu profitieren. In meiner neuen Videoreihe möchte ich gemeinsam mit euch das Thema angehen und Schritt für Schritt in einige Projekte investieren. Wir sprechen darüber was man jetzt vorbereiten muss damit man später möglichst clever investiert. Wo das Potenzial bei den Polkadot Parachain Auctions liegt, das sieht man wenn man einen Blick auf Kusama wirft. Das Ganze passiert nämlich nicht zum ersten Mal sondern es wurde schon einmal ausprobiert auf Kusama. Kusama ist eine fast identische Version von Polkadot die als Testlabor dient und dort sind zur Zeit 1,8 Milliarden US Dollar gestaked. Das heißt Investoren haben alles was jetzt auf Polkadot passiert schon einmal live ausprobiert und dabei insgesamt fast 2 Milliarden Dollar darauf gewettet, dass das Ganze gut geht. Und bisher sieht es auch wirklich sehr sehr gut aus. Im Juni 2021, also vor ungefähr 4 Monaten, wurde das Prinzip der Parachain Auctions und der Crowdloans, das also jetzt auf Polkadot losgeht, schon mal ausprobiert auf Kusama. Und eines der Projekte, das dort gelauncht wurde ist Moonriver. Was auch immer Moonriver macht, das ist jetzt nicht wichtig. Ich habe dazu eine Videoreihe gemacht und wie das Ganze zusammenhängt, Parachain Auctions, Crowdloans und so weiter, das erkläre ich im Detail jetzt auch in diesem Video. Jetzt geht es einfach erstmal nur um ein paar Zahlen, um mal zu schauen, wo das Potenzial in der ganzen Sache liegt. Und zwar, um jetzt in Moonriver zu investieren, brauchte man Kusama Tokens. Man musste Kusama Tokens kaufen und investieren. Und man hat dann von dem Projekt Moonriver für seine Investitionen einen Reward bekommen in Form von Moonriver Tokens, also Tokens, die von Moonriver selber herausgegeben wurden. Im Juni 2021 war dann also die Investition fällig und man hat für jeden Kusama Token, für jeden KSM Token später 14 Mover Tokens erhalten als Investor. Und der Kurs des Kusama Tokens lag beim Invest bei ungefähr 400 US-Dollar. Und zur Zeit sind die Mover Tokens 360 US-Dollar wert pro Stück, also zur Zeit heißt jetzt am 28.10.2021. Und das ergibt dann also insgesamt für die 14 Mover Tokens, die man bekommen hat, 5.400 US-Dollar an Wert. Das ist immerhin ein Return of Invest von ungefähr 1.350 Prozent und das in vier Monaten. Das ist schon ganz ordentlich. Das ist aber noch nicht alles, denn alle Investoren, die in Moonriver investiert haben, bekommen am 22.05.2022, also in einem Jahr, sämtliche investierten Kusama Tokens zurück. Und die Mover Tokens, die kann man einfach behalten. Das heißt, in dem Moment am 22.05.2021 beträgt die Investition in dieses Projekt, wenn man in Kusama Tokens rechnet, null. Man bekommt also die Tokens geschenkt von Moonriver. Und genau das, genau dasselbe passiert jetzt zur Zeit auf Polkadot nochmal. Und wenn man die Projekte Kusama und Polkadot miteinander vergleicht, dann wird man schnell sehen, wer hier das größere Potenzial hat. Schauen wir einfach mal kurz auf die Marktkapitalisierung. Ich bin hier auf CoinGecko und wir schauen uns hier mal den Kusama Token an. Kusama ist auf Rang 57 in der Liste der Kryptowährungen bei CoinGecko. Das bedeutet, es gibt 56 Projekte, die eine höhere Marktkapitalisierung haben als Kusama in der Liste bei CoinGecko. Unter anderem eben der Bitcoin an Platz 1, Ethereum an Platz 2 und so weiter, was danach kommt. Und 56 Stufen später kommt dann irgendwann Kusama. Und Kusama hat jetzt zur Zeit eine Marktkapitalisierung von 3 Milliarden US-Dollar. Und auf Kusama laufen schon einige Projekte, während auf Polkadot zur Zeit eigentlich noch gar nichts läuft, weil das ja jetzt erst in den nächsten Wochen losgeht. Schauen wir einfach mal auf Polkadot. Polkadot ist jetzt schon auf Rang 8 sämtlicher Projekte auf CoinGecko und damit also sehr viel weiter oben als Kusama, obwohl Polkadot noch überhaupt kein richtiges Produkt ist und hier auch noch gar nichts läuft. Die Marktkapitalisierung liegt bei 44 Milliarden Dollar und das beantwortet wohl, finde ich, ganz klar die Frage, wo die Investoren das größere Potenzial sehen. Denn wir reden hier von einem Projekt, das letztendlich noch kein einziges Produkt am Laufen hat und jetzt schon viel höher in der Marktkapitalisierung liegt als zum Beispiel Kusama. Ich habe euch jetzt einfach mal diese ganzen Begriffe um die Ohren gehauen, Parachain Auctions, Crowdloans und so weiter und so weiter. Und natürlich ist es wichtig, jetzt mal zu erklären, wie hängt das alles zusammen und was passiert jetzt in den nächsten Wochen eigentlich auf Polkadot und wo können wir da mitmachen? Was ist unsere Rolle da? Was ist unsere Chance? So und um das zu erklären, ist es glaube ich, also meiner Meinung nach am besten, wenn man sich einfach mal den aktuellen Stand von Polkadot anschaut. Das heißt, wir schauen einfach mal, was ist jetzt in Polkadot überhaupt vorhanden, was ist da und was kann Polkadot zurzeit? Und wenn man sich das anschaut, dann, also Polkadot ist eigentlich im Grunde zurzeit nur eine einzelne Blockchain und diese Blockchain, die heißt Relay Chain. Ich habe die hier jetzt mal dargestellt als so ein Kreis, das soll jetzt die Blockchain sein. Ich habe hier noch diese Kästchen mit den Pfeilen gemalt, das soll also jetzt eine Blockchain sein, wie auch immer, ist vielleicht nicht so gut gelungen. Jedenfalls diese Blockchain, die eine einzige Blockchain, die jetzt gerade läuft auf Polkadot, die heißt Relay Chain. Das heißt also, diese Blockchain heißt nicht Polkadot, sondern Polkadot ist der Name für das gesamte Projekt. Und die eine Blockchain, die jetzt zurzeit läuft und am Start ist, das ist die Relay Chain. Und die Relay Chain, die kann im Grunde noch fast überhaupt gar nichts. Was diese Relay Chain kann, das ist ein Voting, da ist ein Voting-Algorithmus eingebaut und dieser Voting-Algorithmus, der dient dazu, dass die Community mitbestimmen kann, wohin sich das Projekt Polkadot entwickelt, über Abstimmungen. Und um hier mit abstimmen zu können, braucht man DOT-Tokens, die muss man staken. Das heißt, man muss die hier einlegen, dann sind die also weg und dafür, dass man die einlegt, bekommt man um die 15 Prozent Dividende pro Jahr zurzeit. Und das ist auch nicht der einzige Sinn und Zweck dieser Einlage. Ein anderer Sinn und Zweck dieser Einlage ist, dass man am Konsens-Algorithmus teilnehmen kann, wenn man möchte. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen Server hat und man möchte den hier anschließen an diese Blockchain, dann kann man also mit quasi Blöcke, die hier produziert werden, überprüfen. Man kann die validieren und bekommt dafür eben auch Rewards. Und diese Rewards, die bekommt man auch in Form von DOT-Tokens ungefähr 15 Prozent pro Jahr zurzeit. Und das Ganze ist natürlich so ein bisschen selbstreferenziell, weil diese Blockchain produziert Blöcke. Die Inhalte dieser Blöcke bestehen eigentlich darin, dass hier Transaktionen zum Voting und zum Staking passieren. Und dafür, dass man die dann überprüft, bekommt man wieder Rewards, die dann auch wieder auf der Blockchain stehen. Also das Ganze hat eigentlich überhaupt keine richtige Anwendung. Und es ist zurzeit wirklich der aktuelle Stand von Polkadot. Mehr läuft zurzeit in Polkadot nicht. Aber natürlich ist das nicht der Endausbau, sondern es ist viel, viel mehr geplant. Das hier ist nur der Anfang. Und was passiert jetzt in den nächsten Wochen? Es werden sogenannte Parachains angedockt. Das sind auch Blockchains, also eigene Blockchains. Und diese eigenen Blockchains, die haben unter Umständen Spezialanwendungen, wie zum Beispiel eine Blockchain, die nur für DeFi zuständig ist. Es kann aber auch noch mehr als eine Blockchain geben, die für DeFi zuständig ist. Es können beliebig viele Blockchains sein, die alle irgendwie DeFi machen, irgendwelche Spezialanwendungen im DeFi-Bereich und so weiter. Denkbar sind auch Blockchains, die sich mit NFTs beschäftigen und noch ein paar andere, gehe ich gleich darauf ein. Und diese Blockchains, die laufen parallel zueinander und deshalb heißen sie Parachain. Also das sind Blockchains, die parallel zueinander laufen und über die Relay-Chain miteinander verbunden sind. Denkbar wäre zum Beispiel auch eine Blockchain, die direkt angebunden ist an die Blockchain von Bitcoin. Blockchain zum Beispiel, also indem man alles, was auf der Bitcoin-Blockchain passiert, spiegelt in eine eigene Blockchain und auch die in Polkadot über eine Parachain anbindet. Andere Anwendungen wären zum Beispiel Digital-ID. Das sind also sowas wie Social Media, also digitale Identitäten wie zum Beispiel Avatare, Social Media. Es könnten aber natürlich auch reale Identitäten sein, dass man also im Prinzip sich online ausweisen kann. Solche Sachen sind möglich, wie auch immer. Also jedenfalls kann auch dafür eine eigene Blockchain angebunden werden. Und der Vorteil davon ist, dass also jede einzelne Blockchain komplett frei ist von den Anforderungen und von den Einschränkungen anderer Blockchains. Man kann also im Prinzip die Blockchains für den Anwendungszweck ganz speziell zuschneiden. Man kann die optimieren und man kann also für jeden Zweck eine eigene Blockchain haben. Geplant sind möglicherweise um die 100 Blockchains, wenn nicht sogar noch mehr in Zukunft. Aber zurzeit gehen erstmal nur 11 Blockchains an den Start. Andere Anwendungsmöglichkeiten wären zum Beispiel Real-World-Assets auf eine Blockchain zu bringen, wie zum Beispiel Häuser, Autos, Boote, Kunst, Gold, was auch immer. Und diese also auf einer Blockchain abzubilden und dann einzubinden. Und was es auch gibt, das sind sogenannte EVMs. Und was sind EVMs? Das sind Ethereum-kompatible Blockchains. EVM steht für Ethereum Virtual Machines. Und davon gibt es so einige inzwischen, wie zum Beispiel die Binance Smart Chain, Polygon, was haben wir noch, Phantom und so weiter. Und das sind also Blockchains, bei denen man dann auch mit Metamask arbeitet, wo man diese Adressen hat, die man von Ethereum kennt, die es also zurzeit alle gibt. Auch das alles kann man anbinden über eigene Parachains an Polkadot. Und das Coole daran ist, dass dadurch, dass diese ganzen Spezial-Blockchains, die also optimiert sind auf den jeweiligen Anwendungszweck, dadurch natürlich auch total skalierbar sind und alles, dass die miteinander kommunizieren können. Zumindest in einer späteren Ausbaustufe. Das kommt jetzt bald auf Kusama, ist das gerade gestartet. Das Ganze heißt XCM. Das steht für Cross Consensus Messaging. Das heißt, diese Blockchains können Nachrichten austauschen und diese Nachrichten können auch Assets sein. Also das heißt, es geht einfach darum, die Idee dahinter ist, alles, was auf irgendwelchen Blockchains läuft, ist im Grunde Information. Sei es Geld, sei es Kunst, sei es irgendwie Real-World-Assets, digitale Identitäten. Alles ist Information und Informationen können über Nachrichten übertragen werden. Und die Idee ist jetzt zum Beispiel, dass wenn man ein Real-World-Assets auf die Blockchain bringen möchte, wie zum Beispiel ein Haus, dann gehört dazu auch ein Besitzer. Der hat eine digitale Identität. Das heißt also, man kann die digitale Identität mit einem Asset in Verbindung bringen und dieses Asset kann man dann zum Beispiel im DeFi-Bereich einsetzen als Collateral und so weiter. Das sind so die Ideen, die im Raum sind. Natürlich sind wir davon noch relativ weit entfernt. Aber das technische Potenzial dafür ist definitiv in diesem System vorhanden. Insgesamt werden jetzt in den nächsten Wochen bis Anfang Januar 2022 11 Parachains starten und weil es wesentlich mehr Bewerber gibt auf diese Parachains, als es Parachains gibt, werden diese Parachains versteigert unter den einzelnen Projekten. Und dafür brauchen diese Projekte Dot-Tokens. Und eine Möglichkeit hier bei diesen Auktionen für die Projekte mitzumachen, ist zum Beispiel einfach eigene Mittel aufbringen. Das heißt, man holt sich zum Beispiel Risikokapital rein, Venture Capital, irgendwelche Investoren, die jetzt also Dot-Tokens kaufen auf dem Markt und dann also quasi da einlegen, diesem Projekt zur Verfügung stellen über irgendwelche Verträge und so weiter. Das ist aber natürlich nicht wirklich der Blockchain-Style, das ist eher so das alte Silicon Valley. Sicherlich gibt es das eine oder andere Projekt, das das so machen wird. Aber eine andere Möglichkeit, das sind die sogenannten Crowdloans. Und die Crowdloans, das ist eine Möglichkeit für einzelne Projekte, die sich auf einen Parachainslot bewerben, jetzt Geld von der Community einzunehmen über Darlehen. Das heißt also, wir, das ist hier unser Job, wir können den Projekten Darlehen geben in Form von Dot-Tokens und dafür können diese Projekte dann mit den Dot-Tokens bieten auf diese Parachains. Und das geht am 11.11. los. Das heißt also, bis 11.11. können wir unsere Assets, den Blockchains, zur Verfügung stellen. Jetzt mal ganz konkret, wie läuft das Ganze ab? Das Ganze läuft so, wir sind jetzt hier die Investoren, das hier ist wieder der Yield Farmer, den ich immer in meinen Videos verwende. Und dieser Yield Farmer, wir, wir geben jetzt 5 Dot-Tokens, das ist das Minimum, was man investieren muss. Man kann nicht mitmachen, wenn man unter 5 Dot-Tokens hat, also man muss auf jeden Fall schon mal 5 Dot-Tokens kaufen oder haben. Und der Kurs liegt im Moment ja bei 40 Dollar, also die Hürde ist jetzt nicht allzu groß, zumindest jetzt zur Zeit noch. Möglicherweise geht ja der Kurs, bis diese Parachain-Auctions und die Crowdloans losgehen, noch mal nach oben. Daher also mein Gefühl ist, lieber früher investieren, aber das muss jeder selber wissen. Vielleicht wartet man auch noch ein bisschen. Jedenfalls, also man kann die 5 Dot-Tokens jetzt investieren in ein spezielles Projekt. Man muss sich aber nicht für ein Projekt entscheiden. Man kann einfach immer, man kann jeweils 5 Dot-Tokens in alle möglichen Projekte stecken. Man kann auf alle Projekte bieten und man braucht aber mindestens 5 Dot-Tokens pro Projekt. Und die Projekte nehmen dann an diesen Auktionen teil. Das heißt also, dieses Projekt wird alle investierten Dot-Tokens nehmen und mithilfe dieser Dot-Tokens, die da hinterlegt sind, der Investoren, an diesen Auktionen teilnehmen und hoffentlich dann auch gewinnen. Und wenn dieses Projekt gewonnen hat, dann wird aus dem Projekt eine Parachain, wie ich eben beschrieben habe. Und damit wird dann also dieses Projekt an Polkadot angebunden und kann an diesem ganzen System teilnehmen, kann sich mit anderen Parachains verbinden und so weiter. Und deshalb wandern diese 5 Dot-Tokens auch dann quasi in ein spezielles Polkadot-Modul, in dem diese 5 Dot-Tokens dann hinterlegt sind. Das heißt, das Projekt bekommt diese 5 Dot-Tokens nicht, kann die nicht ausgeben für sich, sondern das ist einfach nur eine Einlage, die dieses Projekt hinterlegen muss, um an der Parachain, also um diese Parachain aufrecht zu erhalten. Und dafür, dass wir diesem Projekt ein Darlehen geben, bekommen wir von diesem Projekt einen Reward. Und dieser Reward kann sehr, sehr unterschiedlich ausfallen, aber in der Regel ist es so, dass das Projekt einen eigenen Token herausgeben wird. Ein Projekt-Token, der dann auch so heißen wird wie das Projekt, wie eben in dem Beispiel beschrieben, ja, das Moonriver-Projekt hat den Moonriver, den Mover-Token rausgebracht. Und den haben die Investoren dann einfach so bekommen für ihre Einlage von 5 Dot, 5 Kusama, die dann hinterlegt waren. Bei Kusama und in diesem Fall wären das dann eben Dot-Tokens. Diese Parachain bekommt das Projekt aber nicht für immer, sondern nur für einen gewissen Zeitraum. Und dieser Zeitraum liegt bei Polkadot zwischen 6 Monaten und 24 Monaten. Wobei, soweit ich weiß, alle Projekte, die sich bewerben, die vollen 24 Monate mitmachen wollen. Und danach wird dieser Slot, dieser Parachain-Slot wieder frei und dann fängt diese ganze Auktion inklusive der Crowdloans wieder von vorne an. Das heißt also, wenn wir hier mitmachen, dann liegen unsere Dot-Tokens, die 5 Dot-Tokens, die wir jetzt hier investiert haben oder was auch immer, welche Summe auch immer ihr euch ausgewählt habt, Die liegen für zwei Jahre fest, die werden aber nicht ausgegeben von dem Projekt, sondern die sind in einem Modul von Polkadot eingeschlossen und können nicht ausgegeben werden. Der Sinn davon ist, dass wir ja ein Darlehen gegeben haben und nach Ablauf dieser zwei Jahre bekommen wir unsere Einlage, unsere 5 Dot-Tokens wieder zurück. Und das ist natürlich total cool, weil wenn wir einen Reward bekommen haben, den dürfen wir behalten und die 5 Dot-Tokens, die bekommen wir nach zwei Jahren wieder zurück. Das heißt, wir haben eigentlich nach zwei Jahren keinen Invest gehabt und das kann mitunter ja sehr lukrativ sein. Wobei wir in einem späteren Video noch darüber sprechen müssen, was da alles schief gehen kann. Was passiert jetzt aber, wenn das Projekt nicht erfolgreich ist bei der Auktion? Dann bekommt der Investor in dem Moment, wo die Auktion vorbei ist, die investierten Dot-Tokens zurück. Das Ganze ist also, was die Dot-Tokens angeht, mehr oder weniger risikofrei. Der einzige Aufwand besteht darin, sich 5 Dot-Tokens oder mehr, was auch immer man investieren möchte, zu besorgen und diese dann also für die Zeit dieser Auktion einzulegen. Und wenn die Auktion Anfang 2022 vorbei ist, dann bekommt man seine 5 Dot-Tokens wieder. Wenn ihr euch jetzt schlau machen wollt über die Projekte, die demnächst also hier mit einem Crowdloan an den Start gehen, dann empfehle ich zum einen die Seite Dot-Market-Cap. Hier findet ihr unter Auction, zum Beispiel bei Polkadot, die Info, wann geht es los mit den Parachain-Auctions. Hier sind noch ein paar Hintergrundinfos und dann sieht man hier, die Auktionen finden in zwei Batches statt. Das heißt also, es findet erstmal fünf Auktionen statt und dann nochmal sechs Auktionen. Und hier stehen auch die Daten. Die erste ist am 11. und dann jede Woche eine. Und dann geht es am 23. Dezember mit Batch 2 los und die laufen dann bis März 2022. Man sieht hier also, dass das Onboarding, das heißt also, wenn jetzt der Gewinner feststeht und jetzt auch live geht, das wird hier am 17. Dezember passieren. Am 17. Dezember wird also die erste, möglicherweise die erste Parachain auf Polkadot an den Start gehen. Hier sind die ganzen Details zu den Auktionen, das ist ganz interessant. Aber wenn man sich mal ein bisschen informieren möchte, wie das vorher bei Kusama gelaufen ist, hier gibt es also die Info, wie die Crowdloan-Kampagnen und Auktionen bei Kusama gewesen sind. Und da gibt es zwei Batches, die jetzt schon abgeschlossen sind. Batch 1. Das waren hier also quasi die ersten fünf Projekte, die hier gewonnen haben. Das erste war Karura, das zweite ist Moonriver und so weiter und so weiter. Und dann fand später ein zweiter Batch statt mit insgesamt sechs Projekten. Und zurzeit läuft noch ein dritter Batch und der wird aber jetzt in den nächsten Tagen auch abgeschlossen sein. Hier könnt ihr euch also dann mal anschauen, wie welche Projekte bei Kusama gelaufen sind, welche da also jetzt schon Parachains ersteigert haben. Sehr interessant ist, dass fast alle diese Projekte auch später auf Polkadot starten werden. Also die haben jetzt auf Kusama beim Testlauf mitgemacht und die laufen auch noch. Die Projekte sind live, die bringen auch Nutzen zu dem Kusama-Ökosystem und so weiter. Und all diese Projekte haben quasi Schwesterprojekte, die dann später auf Polkadot starten. Also es lohnt sich hier mal zum Beispiel bei Karura reinzuschauen. Hier ist dieses kleine Symbol mit der Webseite. Hier kommt man auf die entsprechende Webseite und dann sieht man, dass also das Schwesterprojekt hier Akala heißt. Karura auf Kusama ist ziemlich leicht zu merken wegen des K's. Und bei Polkadot startet dann eben ein Schwesterprojekt Akala über einen Crowdloan. Eine andere Seite, über die man sich Informationen reinholen kann zu den Parachain Auctions und den Crowdloans, die jetzt in Polkadot losgehen, ist parachains.info, auch Link unten in der Videobeschreibung. Hier sind unter Projects, also alle Projekte, die zum Beispiel auf Kusama schon laufen oder die, die demnächst auf Polkadot starten werden. Das kann man hier aussuchen und hier gibt es auch eine Menge Infos, also zum Beispiel auch wie jetzt hier die Social Media Auswerte sind, wie viele Follower auf Twitter und so weiter. Das gibt so ein bisschen das Gefühl, wer wird von denen gewinnen. Das ist ja ein wichtiger Faktor, denn wenn wir hier mitmachen und wir bieten jetzt, wir geben jetzt Crowdloans an Projekte, die keine Chance haben, hier irgendwas zu gewinnen, dann wird man einfach nur seine Dot-Tokens zurückkriegen. Das ist aber nicht Sinn der Sache, sondern Sinn der Sache ist ja, dass wir in erfolgreiche Projekte investieren, damit wir dann deren Rewards bekommen. Und hier kann man also ein bisschen abschätzen, wer hier so die Nase vorne hat, wer die meisten Follower hat im Social Media Bereich. Hier sind auch Informationen zu den Tokens, falls es schon welche gibt und so. Das Ganze ist noch sehr lückenhaft, das wird sich jetzt die nächsten Tage oder Wochen füllen. Und was aber hier sehr, sehr spannend ist, das ist, wenn wir hier unter Auctions nachschauen, dann können wir hier unten auch in Polkadot zu den Polkadot-Auktionen gehen. Und hier ist auch eine Liste mit den Projekten, die also jetzt hier bei den Crowdloans mitmachen, also die Crowdloans anbieten. Und hier gibt es unter anderem einen Knopf Waitlist und über die Waitlist kommt man dann also auf die Seite, wo man sich in eine, ich sag mal, Mailing-Liste oder so eintragen kann und dann direkt informiert wird über die neuesten Entwicklungen. Und das ist also sehr hilfreich, um hier auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Natürlich werde ich auch in den nächsten Videos ein bisschen was darüber berichten. Ich werde einzelne Projekte vorstellen, sicherlich, wenn wir die Zeit dafür haben. Aber in meinem nächsten Video wird es jetzt erstmal darum gehen, was müssen wir ganz konkret tun, um hier mitmachen zu können und was müssen wir ganz konkret jetzt sofort machen, damit wir hier nicht irgendwelche wichtigen Dinge verpassen. Und dazu zählt unter anderem, wir müssen ein Wallet einrichten, wir müssen Polkadot-Tokens kaufen und darauf gehe ich beim nächsten Mal ein in den nächsten Tagen. Ich mache jetzt relativ flott hintereinander die Videos, damit wir auch vor dem 11.11. am Start sind. Bis dahin erstmal viel Erfolg, viel Spaß. Tschüss, bis dann.